Erst heute werden wir wieder zurück. Wir wünschen Ihnen während dieser Zeit recht zu vermitteln. Jetzt noch ein paar kleine Gartensturz für den Schiff. Die Zivota ist 42 Meter lang, 10,50 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,40 Meter. Sie wird angegriffen durch zwei MAS-Türzungen mit jeweils 320 PS. Diese Maschinen verleihen im Schiff eine Geschwindigkeit von 64,20 km in der Stunde. Im Fahrt mit der Form und die durchfahrt die Gleichstellung der Gartensturzungen wurde auf 19,40 Meter gebaut. Wurde 19,40 Meter verspricht und nach 19,40 Meter nach 19,40 Meter ausgebaut. In den Kabupaten, die man und die Kartensturzungen hatte, ist wieder ein Schiff. Spend über die Wachstum des Bauchs. Hier sind die Böse im Abbruch von 14,50 Meter in der Stunde. Oh, gut. Du hast diesen Abbruch von 15,50 Meter. Die Böse im Abbruch vom Ambruch von 15,45 Meter. Because von 15,60 Meter gibt es nur ein Unterbruch von 120 Meter. Das war's für heute.